Ich glaube, ich weiß jetzt auch gar nicht. Oh, verdammt, die ist leer. Da warst du noch eben. Echt? Hier sind Schwämme. Der macht kaputt. Vielleicht findest du eine Truhe. Ich habe eine Truhe. Ich habe eine Truhe gefunden. Was war da drin? Vier Nuggets. Ja, dann hast du schon mal einen Score von vier. Das packst du dann gleich in die Endertruhe. Ich habe ihn. So, jetzt müssen wir wieder die Türen finden. Ja, ich glaube, ich weiß, wo die sind. Ja, ja, genau. Warte. Jetzt hier. Ah, ich bin gerade falsch abgebogen. Ey, wo seid ihr? Ja, komm, weiter, weiter. Komm ran auf einen Meter. Da brauchst du da hinten deinen... Ringel mal dran. Geh weg da. Oh, mein Cards. Aber dein Abenteuer hat gerade erst begonnen. Tag mal hier. Noch mehr Mein Cards. Oh, nur eine, oder? Ha, Nuggets. Gehst du da einfach an die Wand und machst Rechtsklick, oder wie? Ich musste erst mal das Ding kaputt machen, so. Achso. War da auch so Schwamm? Ja. Ah, okay. Wie packe ich denn diese Lohren da dran? Die packst du auf die Schräge. Scheiße. Einsteigen. Und dann drückst du das Knöpfchen, links und rechts von dir. Geil. Mhm, mhm, mhm. Ich hab grad noch Lehre vorbeifahren lassen. Ja, ich auch. Muss ich da irgendwie einsteigen, oder was? Ja, wie geht das? Ja, mit Rechtsklick. Oh, ein Bett. Ja, die Lehre ist kaputt. Ui, das Hupus-Sylo. Ich bin auch noch nie mitgeschw- Äh, nja. Ah, ich hab hier so ein Anhängsel vom Tau-Tau. Willkommen im Rätselraum. Da war ein Schwamm. Ich will hier raus. Ey. Oh, wie viele? Ey, wieso steigt... Ja, Alter, ich scheiß nicht, was auf die scheiß Lohre ich jetzt zufuhr seht. Das sieht mich nicht. Jetzt sind hier schon vier leere Lohren. Was macht ihr denn da? Ja, Alter, ich will einsteigen und die dumme Saufahrt fuhren. Da kommt die nächste. Aber ich hab sie aus Versehen wieder zurückgeschubst. Wahrscheinlich spürst du die Eppert mit dem Schalter hin. Ich hab schon diverse Nuggets. Ich auch. Die aus in meinem Kopf aus. 16? Nee, 16 hab ich noch nicht. Also plus die in meiner Schuhe. Die ganzen Lohren. Ja, dass du hier mit Schlafen da alleine los schickst. Ja, genau. Auf jeden Fall hinlegen. Wird das dann gesaved? Ja, du wirst dann quasi gesaved. Wenn du stirbst, dann bist du wieder da. Ah, ja. Okay, gut. Okay, warten wir noch mal. Tau-Tau? Willkommen im Rätselraum. Oje, da zieht doch schon alles. Ist der Gange? Guck dir mal, wie schön er diese Fackeln hier rumge... ...ja, positioniert hat. Ein Meisterwerk von Symmetrie und geniale Anordnung. Komm. Lies mal vor, was steht da? Benke, was machst du jetzt da bitte? Wie bist du aufkommen? Über die Glasblöcke. Ich hab jetzt... Da war... Ach, hier sind so Glasblöcke. Guck mal. Oh! Okay. Ich weiß nur nicht, was die ganzen Knöpfe dazu bedeuten. Ach, da kannst du da oben die Dinger mit aktivieren. Okay. Was für Dinger? Hinter dem Glas-Ding hier. Die, äh, Pistons. Er springt immer so doppelt. Kann ich direkt weiterspringen, oder wie? Tatsächlich. Geil. Einfach leer Tast halten, ne? Naja, dann hüpft er einfach immer weiter. Fuck! Ja, das geht ja doch schon generell auf den Sack. Du kamst auf die geniale Idee. Lass mal Adventure Maps spielen. Okay. Yes, Adventure Maps. Ey, kann es sein, dass einer draußen bleiben muss und da den Dingknöpfe drücken, oder ist das ein... Alter? Eigentlich ist das sogar nur eine Singleplayer-Map, aber kannst du halt auch ein Multispielen. Ja, für wo sind da Knöpfe da draußen? Das verstehe ich jetzt nicht. Ach, da! Keine Ahnung, die werden wir gleich brauchen. Hüpf! Ja, schauen wir mal. Was da drin, da drüben, was da mit den Ding steuern. Scheiße, ey. Kerlo-Kisse, ey. Dreckskack hier. Ach ja. Ach ja. Was willst du denn? Du heimlicher Düsseldorfer. Ja, genau. Man, Schwämme dürfen wir setzen, oder? Nee, du darfst gar nicht setzen. Oh, so ist ja jetzt nicht gestanden. Schwamm darfst... Ah, nein, du darfst nur abbauen, oder? Genau, Schwämme darfst du kaputt machen. Äh. Das ist super, super gemacht. Bin schon wieder wunderschönter gefangen. Alter, was ist das denn scheiß? Was sind denn hier über diese Teile? Ja, wer war jetzt der glorreiche Hansel, was da auf die glorreiche Idee kam, ist mit den scheiß Adventure Maps? Hat sich gleich die Schwierigkeit, einer der schwierigsten ausgesucht, was es gibt. Fack, wie kommt man denn da dran? Ja, Freako hat sich das vorhin ausgesucht hier. Ich hab ja gesagt, komm hier. Ja. Ja, ja. Avenger Map und so, ist cool. Ah. Und wenn du nicht einmal auf den ersten Block aufhier, weil ich so schlecht bin in Minecraft. Ja, und jetzt rüber ab zur Kiste. Er kommt da einfach nicht drauf. Jetzt zeig mir seinen Hintern. Alter. Hey, ich war das nicht. Ich schlage schon den richtigen. What? Hau ab. Aua. Oh, danke. So, und genau hier komme ich nicht weiter. Ich komme nicht auf diesen blöden Glasblock da drauf. Und wenn ich rückwärts runterfalle, dann eh nicht. Ich bin da vorhin rübergekommen, aber. Da siehst du? Ah. Hör auf. Ich glaube, für Tautor wäre, glaube ich, eine PvP-Map ganz gut, ne? Oh. Jetzt geht es ab da unten. Ihr seht es. Oh. Hör auf, Mann. Der Österreicher ist am Ragen. Er wird deppert. Siehst du, alle Österreicher werden in Deutschland deppert. Er sagt auch schon gar nichts mehr, weißt du? Ja. Malst du gerade schon den Oberlippenbart? Guck mal. Guck mal. Oh. Oh. Alter, jetzt hör auf, ey. Menschenskinder nochmal, Alter. So, jetzt geht es hier ab. Boah. Ich komme da nicht. Meine alten Mario-Zeiten machen sich jetzt bewährt. Ja, das sind alte Super Mario-Skills. Du musst doch hüpfen, ne? Nein. Verdammte Scheiße, Alter, ne? Ich war so weiter oben. Kotzt mich an, so eine Kacke, ey. Tautor cheated. Ja und, ihr habt die Schnauze voll, wenn ihr nicht mal drauf gekommen. Ich komme nicht mal zum Zweiten um mich. Da macht der hier schon voll einen auf Hacker, ja? Halt Gott, sieben. Warum, der ist aber weiter, du Arschloch? Ihr habt nichts verstanden. Ihr habt mal Arschloch verstanden. Was geht denn jetzt hier? Ich würde ja auch mal ganz gerne sprinten. Nicht auf Doppel nach vorne, sondern einfach so auf Knopfdruck. Geht das auch? Nee, ne? Ja! Hau ab! Nein! Nein! Hau ab! Ich war gerade im Springen. Ah, ey, du bist doch ein Penner. Fick dir beide, ey. Nein! Gib mir immer von hinten einen so. Hey! Boah, das ist eigentlich nicht schlecht. Könntest du mich ja mal hochpeil teleportieren. Hey, was? So eine blöde... Arschlochkackscheißwichse, ey. Ja, auf jeden Fall. Na, dann flieg doch mal bitte nach oben und dann machen wir da weiter. Ja, ja. Moment. 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 Oh, okay. Oh, okay. Alter, wir sind so schlecht, wenn wir uns immer durchschitten. Auf jeden Fall. Okay. So. Ziel. Oh, ich bin gerade was am Essen. Ja. Vollzeit. Das ist natürlich super in der Aufnahme. Leute, wo ist es jetzt? Ja, Shane und weiter. Ich habe eine Idee. Darüber. Muss vielleicht einer... Obwohl du sagtest, es ist eine Singleplayer-Map, ne? Nee, die Dinger kannst du ja trotzdem hier benutzen. Weg. Jetzt weggekommen. Ja, aber die sind ja eigentlich nicht benutzbar, wenn du ja eigentlich alleine spielst, oder? Weil du kommst ja gar nicht hier durch. Durch das Glas. Du bist hier eigentlich... Wenn du oben rüberkommst, dann bist du ja quasi hier abgeschottet. Nee, nee, ist schon richtig. Wir sollen da eigentlich gar nicht rein. Was? Pass auf. Nee, pass auf. Eigentlich kommen wir ja da oben rein, ne? Ja. 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 Und ich habe einen Sandblock bekommen. So, pass auf. Ich fliege da mal kurz hoch. Oh, jetzt kommt's. Aber der ist dann dann an die Schulter. Jetzt kommt's. Ja? Ja. Dann musst du hier nämlich den Sandblock reinwerfen. Ja. Und dann mit den Schaltern das Ding nach unten befördern. Ah. Hui. Aber irgendwie hat das Zielding ja nichts gebracht, ne? Ah, cool. So, ich gehe mal aus dem Bild hier. Nehme ich mal den Game und wieder weg. Ganz nett eigentlich. Das finde ich cool. Das ist cool gemacht, auf jeden Fall. Dann musst du so viel Schott, wenn dahinter ist, oder? Dann musst du dann sich auch ein bisschen merken. Wenn du essen darfst, darf ich rauchen. So. Ah! Hier. Das ist noch mein Schott. Ist natürlich doof, wenn man jetzt irgendwas betätigt, wenn der dann wieder zurückfliegt. Ah! Mann! Yo! Geil! Ah! Ganz letztlich schon probiert. Komm! Okay, wir müssen den irgendwie da hochkriegen. Ja, wir müssen den, ähm, Leute, für die Zuschauer da, den Sandblock, den müssen wir halt jetzt hochkriegen. Und ich habe aber eigentlich alle Schalter ausprobiert. Ist hier noch eben ein versteckter? Nö, ja, nee, du hast anscheinend... Ey, wir sind oben, wir sind oben. Juhu! And now. Ja, ja, ja. Ja, jetzt kommt er runter. Nächster unteren. Okay. Ich habe den Eindruck, als wenn, ähm, immer andere sich bewegen. Warte mal. Also ich, ich bin, ich, ich bin jetzt an dem Schalter, der danach... Ja, ja, ja. Ja, ja, warte jetzt. Jetzt ist er unten, jetzt ist er unten. Ja, 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 ja. Juhu! Da geht die Tür auf. Aber, äh, normalerweise müsste man doch jetzt... Ach so, da geht die Tür auf. Okay, geil. Ja, Ding. Ich bin, äh, Freaker, noch mal in den Game-Mod rein und mach die Gas-Tür zu. Da resettet sich das immer. Ach, das geht das Gas zu. Wofür? Ist doch schon egal. Da resettet sich das immer, oder? Nö, wir müssen ja nicht mehr rein. Na genau, ist er... Ist er auf unserem Server hier drauf. Ach so. Du kannst nur nicht sleep at night. Mhm. Geh schlaf. Hm, ich bin so blöd mit dem Schreiben. Du kannst nur nicht sleep at night. All tonight. Na 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 na. Jetzt mal hier safe, genau. Leg mal in den Schwamm rein. Scheiße, ja, ich weiß gar nicht, was das jetzt für eine Zeit ist. Wie, für eine Zeit? Jo, genau. Also wir sind jetzt ungefähr bei einer Eimstunde. Nee, 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 das nicht. Ich meine, ich versuche hier gerade nachzumachen. Ach so. Ah! Wo müssen wir? Ja, das war clever. Jetzt bist du nämlich ganz woanders. Wo müssen wir? Crazy Österreicher. Ich fahre vor den Rätselraum noch. Ah, jetzt. Jetzt könnt ihr euch hinlegen. So, erstmal hier meine... Na, da ist schon wieder springen und so. Also geil. Du frisst einfach einteilen sich, ja, was bist du als Player? Wenn es du während der Aufnahme verfriest. Wie gesagt, hören die Leute ab. Ich habe gerade einen Donut mit Schokolade.